Willkommen auf dem Stand von Alfa Romeo, mein Name ist Fiona Flannery, Presseverantwortliche bei Alfa Romeo Schweiz. Am diesjährigen Autosalon präsentieren wir den 4G Spider, eine Variante vom 4G, die wir im letzten Jahr vorgestellt haben. Der 4G und auch Spider ist in der Lichtbauweise gefertigt worden. Das bedeutet, wir haben hochwertige Materialien verwendet, also Aluminium und vor allem Karbonfaser. Dadurch wird ein sehr leichtes Gewicht von ungefähr 900 kg erreicht. Das bedeutet schlussendlich auch, dass es eine Leistung hat von 4 PS pro Kilogramm. Die Motorisierung ist ein 7250er Turbobenziner und schlussendlich eine Leistung von 240 PS. Der Quattro G ist eine Hommage an die italienische Designkunst und verkörpert Fahrfreude pur. In der Schweiz ist der Quattro G erhältlich Anfang 2015.